Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. Fünf brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Schade. Ja, okay. Schade, ich dachte, ich könne... Ah! Hä? Achso, ich bin einmal zur... Ich habe auf B gedrückt. Ich trottel. Zack! Zack, 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 zack. Tödliche Schusswaffe. Check, zack. Jetzt kann ich nämlich das Licht, glaube ich, ausschießen, wenn ich die Zwille und den Stein kombiniere. Munition. Check. Okay, das heißt, jetzt machen wir mal schön... Und dann machen wir... Kaboom! Alle Mann auf Gefechtsstation! Tü, tü, tü. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen! Okay. Aber wir müssten uns ja jetzt eigentlich an ihm vorbeischleichen können, richtig? Glaubt schon. Wir gucken mal. Eigentlich dürft ihr uns jetzt nicht sehen. Doch. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Für einen weiteren Geniestreich. Kann ich denn noch was kombinieren hier? Ich brauche kein Licht. Ich ordne alles. Hey! Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte, Liebkopf. So. Ich würde mal kurz durchprobieren, was ich kombinieren könnte, um... Haha! Ich habe einen Haken. Mit dem Haken kann ich das so jetzt holen, oder? Perfekt. Okay. Sicherungskasten. Nicht nötig. Das Passwort ist Wofus. Ach so. Ja, 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 ja. Entschuldigung. 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 Brillanter Plan. Aber so sehr um die Ecke gedacht, dass ich ihn schon nicht mehr zusammen bekomme. Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. So. Lampenschirm. Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Clitis durchzugehen. Außerdem ist die Frisur noch nicht fertig genug. Okay. Okay. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wasch. Ich brauche kein Licht im Invent. Hey. Wo ist... Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Clitis. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch die fettige Frisur. Ach so. Die fettige Frisur. Ja, dann ist so das, das und das. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Öl. Ähm. Vielleicht würde mir das waschen. Ah, Öl. Öl. Ja, 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 ja. Wir müssen nochmal hoch. Vielleicht kann ich da ja meinen Wischmob reinstecken. Das sollte sich sehr falsch an, aber okay. Yes. Und jetzt kann ich das nämlich schön kombinieren. Kombinieren, kombinieren. Und zwar das und das. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. So, das heißt... Ach so. Das heißt, ich kann das jetzt anziehen. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Ach so. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ist okay. Ich muss jetzt wieder rein und dann muss ich mich im Dunkeln umziehen, ne? Macht Sinn. Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Ja, ich weiß nicht. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich zwei Sitter. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich... Haben Sie denn die Datasette bereit? Ähm... Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe Sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Reilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie an die Datasette rankommen. Aber wie? Aber wie? Kann ich ihm den Fisch andrehen? Das ist nicht Goal, mein Fehler. Äh. Ähm... Das ist nicht Goal, mein Fehler. Los! Sei nützlich! Stures Ding! Okay. Hier ist es hell genug. Hell genug, okay. Los! Sei nützlich! Oh. Stures Ding. Könnte ich vielleicht die Tasche damit klauen? Finger weg! Verdammt! Nein, kann ich nicht. Habe ich denn noch irgendwas? Ich habe nur diesen schleimigen Wischmob und die Dings. Okay. Hm. Da steht dir nach. Der Organon hat wirklich von Depone zu hören. Die Organons erzählt etwas von der Backup-Diskette. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesie-Alben. Nein! Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir! Nein, du mir! Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Rumbel! Rumbel! Rrrr! Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Ich brauche eigentlich die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Ja. Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus. Mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Gold ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist dir Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat? Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Golds Implantat werde ich der Pony ja nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Perfekt. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Okay, ich hab die Datasette. Das heißt, ich kann jetzt an den Organons vorbei. Und ich würde mich echt freuen, Cletus, wenn du mal ein bisschen freundlicher mit mir schnackst. Was stimmt denn nicht mit dir? Ja, wirklich. Bin auch ganz lieb. So, also, dann machen wir nochmal, zack, 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 ähm, botebop. Genial, genial. Und auf geht's. Diesmal hab ich mich wirklich selbst übertroffen. Wie geht's dir? Halt, wer da? Ich bin es nur, Cletus. Cletus. Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt. Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie dem Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wieder zu beschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Puh, natürlich. Okay, jetzt sind wir dran vorbei. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass Sie nochmal drauf reinfallen. Aber habe ich das dann gleich noch? Nee. Okay, aber die Backup kann ich ja jetzt in Goal reinballern. Ja, uns drehen geht es soweit gut. Ich bin immer noch erkältet. Aber sonst, ja. Goal? Goal! Zappalot! Sie ist verschwunden! Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn! Das kann nicht sein! Das hätten Sie erwähnt! Aber... Wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ach, ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Zuckerwatte mit einer Extraportion Phosphor. Yummy! Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Zuckerwatte mit einer Extra... Hä? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Muss ich hier weiter durch? Ne, also ich muss, glaube ich, erst das Licht ausstellen. Kann das sein? Damit meine Phosphor-Dings mir hilft. Ich muss binär denken. Was, wenn ich Quersummen bilde? Au! 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 So, kann ich hier noch irgendwas kombinieren? Ich bevorzuge Dynamik... Au! Okay, also ich glaube, ich kann hier mit der Spur noch nichts anfangen, oder? Au! Ich gehe nochmal den anderen Weg hier kurz... Na! No! Wögon! Geh mal hier lang. Okay, hier ist auch noch nichts Neues, weil ich hier einfach noch nichts... Uuuuuhh. Krieg ich die Gabel damit? Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Okay. Ich spare mir meine... Ich spare mir. Okay. Alter, manchmal bin ich auch wirklich... Ein Depp. Klar, die Taschenlampe. Ich guck grad noch ins Inventar. Ja, ja. Da nehmen wir mal die Taschenlampe. Aha. Aha. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Retter. Ja, habe ich jetzt ausprobiert. Alles gut. Aber wie gesagt, sieht echt aus, als ob wir dem Ende näher kommen. Ähm, also viel dürfte ja nicht mehr sein. Ah. Könnte mir auf jeden Fall immer noch vorstellen, dass ich hier irgendwas, ähm, mit dem Kran noch machen muss, später. Ah, jetzt geht's da lang. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Tja, freie Auswahl. Nimm mal mit. Au, die nicht. Ah. Au. Ah. Ah. Ach, die hier hat Respekt vor mir. Die nehm ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich könnte fast wetten, dass es bei ihm Pizza gibt, weil er so gesund lebt. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im Anmarsch. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Mit diesem mickrigen Stock keine Chance. Okay. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Läuft. Okay. Das ist ein... Avialflansch. Avialflansch? Na, das ist ein Wal. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. Mhm. In Kuhl. Ja, ich weiß nicht. Äh. Hallo, Wali. Boah. Ein echter Wal. Ich hab mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Hm. Der Wal sieht hungrig aus. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Hm. Das muss anders gehen. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders. Ich muss zwar durch, aber das muss. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Komm, Fischi-Fischi. Puh. Ist wohl auf Diät. Komm, Fischi-Fischi. Puh. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Das ist ein Beichenritzel. Komm, Fischi-Fischi. Puh. Er sieht sie anscheinend gar nicht. Okay. Da ist die Scheibe kaputt. Da kann er aber nichts machen. Hm. Kann ich irgendwas kombinieren? Stand schön. Ja. 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 Ich rim keون. Vielen Dank.